Wo? Hat die Pugel da, oder? Ich glaube, ich probiere es und von da oben schön mit seinen attacke. Ich beschütze meine Haus. Wir haben sie zuerst getroffen. Feind am Boden. Geht nach, 40 Grad, 70 Meter von mir. Geht nach, 40 Meter von mir? Geht nach, 40 Meter von mir? Geht nach, 40 Meter von mir? So, du kriegst Ausrüstung zerstört schon, wenn du so einen Pokéball zerschießt, das könntest du mit deinen Sundance-Granaten auch, ja, hab ich gerade festgestellt. Ich hab einen, äh, getaget und das sah gut aus. Danke. Boah, ne, ich hab's doch nicht. Boah. Da ist mir recht zu viel hoch. Heiliges Blechle. Wir haben uns einen Vorschein erkämpft, jetzt kontrollieren wir die Schlacht. Oh Mann, ey. Wenn die Leute sich immer noch nicht an sein gewöhnt haben, ne. Wir haben uns einen Vorschein erkämpft. Boah, schön dreifach Kill noch reingelegt, der hier muss sein, oben auf dem Dach alle weggewetzt. Wow, wow, wow. Dann außen nützt du uns nichts, komm gefährlich zurück. Applaus Was ist das, was das andere ist, ne? Wir haben ein bisschen gleich eine... ... ne... ... ne... ... ne... ... ne... ... ne... ... ne... ... ohne rum... ... mhm... ... ne... ... ... rolled, using gun ellos me! ... ne units ди・・ ... n destruaffen, expert! ...of no! ... ... ... ... Ich bin nicht против. Ich war doch gerade schon im Haus. Ich war gerade schon im Haus. Das war's. Ich sehe einen Gegner! Schöne useless, Heals liegen. Oh, das war knapp. Nein, hab ihn nicht. Nur fast. Oh, das war knapp. Wow, das war knapp. Wow, wow, wow. Ich muss doch erstmal kurz Orientierung suchen. Oh, das war knapp. 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 Das ist der Absolute Freedom State, der geht mir ab. Oh, danke. Jeden von den Einradern, glaube ich. Boah, die sind alle dahinter, hinter diesem großen Turm. Ah, diese Kugel links neben dem fetten Haus. Da ist so eine Kugel auf so einem Turm, ganz hoher. Da sind sie alle. Sprich auf, Magister 280 ungefähr. 280 bis 290. Boah, ganz knappe Geschichte, ne? Wir haben die Kontrolle. Ja, Match. Das ist eine Kugel. Das ist eine Kugel. Schnell immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ja hier bei dir explodiert jetzt das feuer auf ein point also welche gefunden hat jetzt jetzt hier jetzt da und um er schade 15 gegen 15 ist ein bisschen schwach mit voller feuerkraft oh die granate hat gesessen warte Jussis, full power ja nur noch einer, der ist fast down der braucht nur noch einen checken wir sind links hinter dem nein Jussis links, rechts links echte Außentunnel shit oh ich hab ihn oh danke oh jetzt hat es mich durch so eine Pisse krass du siehst das auf der minimap wo die sind Oha Jo warte, warte hab ich geflogen oh 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 hey hehehe 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 ah ihr kleinen Looties hehehe hehehe ich hab munition ich hab munition ich hab munition ich hab munition Hey! 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 Ich glaube, die hassen mich gerade, weil ich hier mit dem Volcanoer nicht abräume. Ja, absolut. Absolut. Aber die Grundreaktion von eigenen Teammates, wenn sie nicht gerade im Playstation Party Chat sind, ist erstmal in die gleiche Richtung zu gucken, weil da könnten ja viele sein. Anstatt mal irgendwie den rückzudecken. Duuuuude. Grenade aus! Schönen. Scheiße. Ich versuche mal bei dir zu spawnen. Okay. Oh Scheiße. I'm sorry, but I got killed. No problem. Ja, das seht ihr probiert oder so? Bei der anderen Seite rüber. Oh ja, jetzt kommen sie hier auch. I love her. Ich chỗ, da haben sie gut. Ich spreek dich zu lassen. Michi. Entschüttet. besser beschweren wenn das ein team auf beiden gängen macht dann ist das ging das team einfach voll im arsch ja aber ganz ehrlich bei der sporten teilen das gemeine finde ich eigentlich auch wenn die das ding kaputt schießen hast das meist schon so lange einsatzte direkt ins nächste nebenstand soja selber hat sich echt gefüllt das merkt man man beschussen lagern auf die andere seite ok ich habe sie gefunden die strategie ich halte mich jetzt links zu den gang bis ganz zum ende und gehen den anderen gang wieder hoch vielleicht klappt es ja das war knapp oh ja total da geht party ab sperrfeuer raus hier auch guck mal leaderboard leute hier noch wunder wie öler aber schneiß so muss das doch sein echt danke dich rettet mir echt von rein nicht Guck, mach noch ein paar Kills, du bist nicht dritter. Ich habe eine andere Idee, wie weit denn was das Zeug hält? Nein! Oh, knapp. Ich glaube, eine mache ich noch und dann ist Schacht im Schicht. Ich habe eine andere Sache. Ich habe eine andere Sache. Ich bin der Spitzel. Na Spitzel. Das hilft ja nix. Feinden neutralisiert. Erster. Erster. Likes eliminiert! Anger markiert! Oh, keine gute Idee Johnny. Er muss da ziemlich... ...den Lockdown. Lass rein in die Bude. Was sind die denn? Er ist wieder leer. Hier. Oh, der Kämpfer. Es kommt von rechts quasi von uns aus gesehen. Jetzt kontrollieren wir die Schlacht. Der Feind hat zugelegt und ist jetzt im Vorteil. Ich probier mal was. Shit, ich wollte auch gar nicht mehr den Crawford. Autsch. Ja, hab sie gewonnen. Und wo unsere Leute! Was ist das? Was ist das? Ja, was? Weiße. Was ist das? Was ist das? Das ist so still. Oh! Bisschen Werbung. Bisschen Werbung machen vom Kanal. Nein. Hilfe! Ich muss noch an. Ich muss noch an. Danke. Sehr schön. Oh, der Ende ist doch. Jawoll. Alle hier, die Reise vor uns! noch genau 100 granaten kills der leiden gleich brauchst du bessere Kopfhörer mit guter Koffer-Vertratung und so Alter, drei Boris-Geschütze hier schon stehen gehabt das wäre es Gegner neutralisiert 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 das ist ja erstmal alle leute killen hier rechts 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 Ja, ja, da bin ich gemein. Schöri.com ja trotzdem platt er wagt es er schießt auf mich es ist ja so geil mit sein also dieses regenerieren von der gesundheit übel weil er ist der bildschirm dann auch machten es ist kurze klar werden irgendwie hat mir hier den arsch gerettet danke jesus zwei mehr spieler jetzt im server wird so langsam vielleicht die sind alle so quasi fahne eben mittendrin ja 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 Jawoll! Läuft! He's not there! Who needs you? That's lit. Nö! Hehehe. Hehehe. Ganz und gut! Es ist gut, faddle. Ich würde das Gameplay gerne behalten. fuh sind da welche gut ich schreibe gerade im Chat Guck mal da wie lieb ich bin ohne mich zu erwähnen ich muss sagen echt mega cool dein Trailer den hast du echt geil hingekriegt ich habe echt viel Energie reingesteckt ich muss mir jetzt bei ein bisschen Freizeit auch mal reinziehen wie man das gut aufzieht da gibt es echt richtig gute viele Optionen Oha Oha jetzt keiner mehr Johnny hat diesen Cash Kopf dankenswerterweise gemamst Gerne Oha jetzt kommen aber wieder viele sind jetzt selber voll oder witzig gerade ja Scheid mhm wot 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 Oh Gott, we'll not be any time to do. We'll not be any time to do. We'll not be any time to do. Oh shit. Undy. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh, no. I don't have any bombs. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe, was ich nicht verstehe. ja zu verhagern aber auch mal schönes worden herrn auf jeden und schuld ein ende des freiliches also der werbe effekt war jetzt glaube ich nicht schon schlecht schon jeder warst. Bevor du erster warst, gesagt watch this. Du bist dann erster geworden. Mit 106 Punkten. Gut hoch gejingelt. Ja, auch gutes Ergebnis. 48. 48. 49.